Was ist Sprachenlernen? Hallo, ein kleines Vorwort zu unserem Lerncoaching. Sprachenlernen heißt vor allem Wörterlernen. Wenn Sie eine Sprache lernen, tun Sie gut daran, den Wörtern der Sprache besonders viel Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn Sie Sprachlernende betreuen, ist es das erste und es ist auch der wichtigste Tipp, den Sie Ihnen geben können. Um wie viele Wörter geht es überhaupt? Schwer zu sagen, aber ein paar Zahlen kennen wir. Um das Sprachniveau B1 des europäischen Referenzrahmens zu erreichen, muss man etwa 2000 Wörter lernen. Weil die Wörter im Deutschen oft zusammengesetzt und umgebaut werden, können Sie mit diesen 2000 so etwa 8000 Wörter verstehen. Die 2000 werden Ihnen allerdings bei weitem nicht reichen, wenn Sie beispielsweise auch nur alle Wörter im Schulbuch oder in den Schulbüchern der vierten Klasse verstehen wollen. Wenn Sie sich auf eine Berufsausbildung vorbereiten und die Lehrbücher des ersten Ausbildungsjahres verstehen wollen, brauchen Sie sogar schon mehr als 20.000 Wörter. Die meisten Menschen kriegen das ganz gut hin, sogar in einer Fremdsprache. Die englische Lexikologin Jean Acheson hat mal bemerkt, dass sie viel Respekt hat vor der Fähigkeit des Gehirns, 30.000 und mehr Wörter sozusagen an der Oberfläche bereitzuhalten. Sie können sie dann verwenden, wenn Sie sie brauchen. Meistens jedenfalls. Sie sagt, dass sie davor mehr Respekt hat, als vor der Fähigkeit des Gehirns so 10, 20 Grammatikregeln zu memorisieren. Ein System, das so etwas kann, muss sehr gut organisiert sein. Wenn man also die Systematik kennt, dann kann man auch das Lernen von Wörtern so organisieren, dass man sie besser behalten kann. Eine andere gute Nachricht ist, die Wörter helfen auch dabei, grammatische Regeln zu lernen. Doch dazu kommen wir später. Wer also so viele Wörter lernen will, braucht Kenntnisse über das System der Wörter im Kopf. Er oder sie braucht einen Plan und gute Strategien. Wort für Wort zu lernen ist keine gute Strategie. Das führt nicht sehr weit. Genau hier beginnt Ihre Lern-Coaching-Zone. In dieser Mini-Vorlesungsreihe möchte ich Ihnen ein paar Tipps für bessere Strategien geben. Schauen Sie sich die Mini-Vorlesung ein- oder zweimal an und machen Sie für sich eine Liste. Was bedeutet das alles für meine Sprachberatung? Mein Vorschlag ist, finden Sie zunächst mal heraus, wie die Menschen, die Sie beraten, im Moment Wörter lernen. Machen Sie Notizen auf der linken Seite eines Blattes. Notieren Sie dann auf der rechten Seite, welche Tipps Sie Ihren Lernern vielleicht stattdessen geben wollen. Nehmen Sie dann Beispiele aus dem aktuellen Sprachkurs Ihrer Lerner und zeigen Sie ganz konkret, was man verändern kann. Sprechen Sie in der nächsten Woche dann mit Ihren Lernern über die Erfahrungen. Wiederholung ist wichtig. Machen Sie Erfolge bewusst. Notieren Sie dann auf der linken Seite, was Ihre Lerner verändert haben. Erinnern Sie sich auf diese Weise daran, was Ihnen beim Lernen geholfen hat. Die Strategien des Lernens von Wörtern sollten regelmäßiges Gesprächsthema sein. Untertitelung des Lernens von Wörtern